Zellenose hat einen sehr guten Feuchtigkeitsausgleich in der Konstruktion und beeinflusst das Hausklima positiv. Zudem hat es einen sehr hohen Dichtungsgrad und ist natürlich auch ein 100% recycelbares Material und das somit auch sehr ökologisch ist. Zudem hat es einen sehr guten Wärmespeicher, gerade für den Winter und bietet auch hervorragenden Schutz bei der sommerlichen Hitze.